So und dann viel Spaß mit deinem Vater und Onkel und du pass mir gut auf Emmi auf. Das mache ich versprochen. Jetzt machen wir uns einen richtig schönen Tag in der Stadt. Ja. Tschüss. Tschüss. Ami? 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 Hey, da seid ihr ja wieder. Wo ist Ami? Okay, hier ist sie also auch nicht. Wieso sollte sie denn hier sein? Na, weil sie in der Stadt nicht mehr war. Was? Sag bitte nicht, du hast sie verloren. Man, verloren, das ist so ein großes Wort. Das hört sich an, als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Vielleicht ist sie weggegangen. Vielleicht brauchte sie einfach ein bisschen Zeit für sich. Emmi ist zehn. Die braucht doch keine Zeit für sich. Ja, schau mal, wer hier ist. Ist das nicht super praktisch? Heißt auch, Emmi geht abends total früh ins Bett. Muss man nicht sauber machen und so. Sag mal, du suchst jetzt sofort Emmi. Mann, nee. Mit der sind immer so gestresst. Na, wartest du auch auf deine bessere Hälfte? Ja. Schatz, ich bin fertig. Wollen wir weiter? Ja. Ciao. Die ist noch für dich, Kleines. Und, was sagt man? Hm? Was sagt man? Was man sagt, habe ich dich gefragt. Die sind noch nicht so sehr. Die! Die. Die! Die. Die. Die! Die. 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 Was man sagt, hab ich gefragt. Dankeschön. Na also, geht doch. Vollidiot. Dankeschön.